Versteckte Systemsteuerungselemente einblenden Wussten Sie, dass Microsoft einige Elemente der Systemsteuerung eigentlich recht unbegründet via Registry-Eintrag versteckt hat? Wir zeigen Ihnen welche und wie Sie diese einblenden können. Öffnen Sie das Startmenü und geben Sie RecEdit in das Suchfeld ein. Anschließend klicken Sie auf den Link recedit.exe. Im Registrierungs-Editor suchen Sie folgenden Schlüssel. Haki Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Control Panel, Don't Load. Don't Load bedeutet übersetzt nicht laden, womit alles gesagt ist. Sie könnten diesen Schlüssel nun komplett löschen. Dann würden alle hier aufgeführten Elemente der Systemsteuerung angezeigt. Allerdings manche auch doppelt. Um dies zu verhindern, sollten Sie einzelne Zeichenfolgen aus dem rechten Fenster löschen. Zum Beispiel tabletpc.cpl. CPL steht für Control Panel Applet und bezeichnet ein Plugin für die Systemsteuerung. Tabletpc.cpl ist zuständig für die Stift- und Fingereingabe unter Windows 7. Übrigens auf http.de-wikipedia.org.wiki.wiki.systemsteuerung finden Sie Erläuterungen zu den nichtssagenden CPL-Dateien. Um ein Plugin aus dem Don't Load-Schlüssel zu entfernen, machen Sie darauf einen Rechtsklick und werden löschen. Den Warnhinweis bestätigen Sie mit Ja. Dennoch können Sie die Datei offensichtlich nicht einfach so löschen. Ihnen fehlt dazu die Berechtigung. Dies ändern Sie nun mit einem Rechtsklick auf den Don't Load-Schlüssel. Wählen Sie im Kontextmenü Berechtigungen und im nächsten Fenster die Schaltfläche Erweitert. Aktivieren Sie das Register Besitzer. Wählen Sie Ihren Usernamen aus der Liste aus und bestätigen Sie mit Übernehmen und OK. Schließen Sie auch das nächste Fenster mit OK und öffnen Sie es erneut. Klicken Sie unter Gruppen- oder Benutzernamen auf Ihren Namen und aktivieren Sie das Kästchen Vollzugriff unterhalb von Zulassen. So, noch schnell mit OK bestätigen und nun sollte das Löschen funktionieren. Zur Überprüfung wechseln wir schnell in die Systemsteuerung, indem wir im Startmenü auf Systemsteuerung klicken. Tatsächlich, die beiden Elemente Stift- und Fingereingabe sowie Tablet-PC-Einstellungen sind neu hinzugekommen. Wenn Sie diese beiden Elemente wieder verstecken möchten, gehen Sie den umgekehrten Weg. Sie müssen dann eine neue Zeichenfolge einfügen und so benennen wie die zuvor gelöschte, in diesem Fall also Tablet-PC.cpl. Noch einmal ein Wechsel in die Systemsteuerung, die man schließen und neu öffnen muss, um Änderungen feststellen zu können. Die beiden Einträge von vorhin suchen Sie nun vergebens. Sie wurden nicht geladen. Die beiden audiensten Visiten Vielen Dank.